und damit herzlich willkommen zu let's play pharao arbeitsmann scheinmal wohlstand ein bisschen wir brauchen mehr kultur und mehr leute eigentlich nicht was vätern schreiberschuhe tolle sache da ist ein essen sie das so was von prächtig aus muss ich sagen also ja also ich weiß gar nicht wohin mit all dem ganzen essen so brauchen eigentlich mehr leute wir brauchen mehr essen wir brauchen mehr schreiber schulen entscheidend auch mal bier auch dringend mehr leute so Okay. Und wir können die Feuerwache auch hier bauen. Vielleicht kommt hier die Arztpraxis hin. Nur so zur Sicherheit, damit ich nicht hier noch irgendwas machen kann, was die Leute fastet, mag uns nicht so. Hier noch eine Bühne. Aber dass sie doch größer werden können, als das, was sie gerade sind. Jetzt brauchen wir einen Ballsabellungshaus. Ich brauche Essen. Ich brauche eigentlich mehr Arbeit, ich brauche echt mehr Arbeiter und mehr Essen. Irgendwas, was ich vielleicht ausmachen könnte, weil die nicht mehr gebraucht wird. Sowas zum Beispiel. Oder sowas. Alles Leute, die man quasi braucht. Ist ziemlich schwierig, die Keulen zu fangen, wenn man vor Hunger Krämpfe hat. Ach, halt die Klappe. Oh, da wird es besser. Vielleicht soll ich die Goldmänner einfach mal weglassen erst mal. Ich brauche echt mehr Leute, einfach nur. Leute, die auch arbeiten. Ich brauche echt mehr. vielleicht sollte ich hier bestimmte bereiche einfach mal ausmachen den drillplatz braucht nichts zwangsläufig gerade irgendwo hatte ich hier die akademie brauche ich auch nicht das sind sehr viele arbeitskräfte wird schon besser wohl schon wird gut auch mal ein balsamierungshaus ich muss sagen muss ein balsamierungshaus ist echt schwierig wir haben gar keine leinen mehr wie soll die leiden rein ja schön und gut ja es ist jetzt zusammengebrochen deswegen hier wird flachs angekommen ok das erklärt warum wir so eine schlechte kultur mittlerweile haben papyrus läuft doch noch oder die werden sich schon wieder erholen zur hölle ich kann einfach kein toll sind jetzt nicht so weit zusammengebracht jetzt hätten wir trotzdem noch mal das ist halt die gefahr weil die dinge anfangen zusammen zu kratten dann ist es richtig übel was passt der wieder rein Architekt Apotheker passt noch da rein ein Arzt ne ein Arzt ein Bazar 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 Wer verkauft mir jetzt eigentlich? Du verkaufst Landroute, okay. Behalt euch mal, ich brauch die Leinen. Brauchen wir nicht. Ja, jetzt wird's kritisch. Beeil dich mal. Ah gut, wir haben was. Gut, gut, gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr ausliefert. Okay, noch haben die Einbalsamierer hier. Sind auch die einzigen, wie's aussieht. Ich soll doch erst mal reichen können anfangen. Genau, ich bring das gleich mal zu dem, damit er arbeiten kann. Aber die Leute brauchen das. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut. Oh, man auf. Oh, der wär doch angekommen, hab nicht gehört. So, die sind nicht zusammengekracht. Nee. Also 82. Was haben wir hier eigentlich drin? aber doch mal zwei weber ein lecker darauf ist die hier noch brauchen weniger militär es ist nicht notwendig ist wirklich nicht notwendig wir passen doch sehr sehr viele leute rein was kann eine priesterin schon tun es gibt es so wenig ablenkung so schlecht ist es gar nicht sehr gut durchschnitt der schreiberschuhe kultur ist halt schwierig aber durchschnitt und sehr gut ist anscheinend nicht ausreichend ich schäme mich nicht hier zu leben so schön auf er bringt sich hier was ist los es sind schrecklich viele gebäude in dem zustand ich komme mit der arbeit bei sanierer ja ja das geht doch unterhaltung und infrastruktur wir haben ein echtes problem was arbeitskräfte angeht ich habe nicht so ganz sicher wo die ganze ich könnte vielleicht mal sagen wir machen waffen und kupfer aus schon wird es besser ich wollte mich kann ich nicht ausmachen wenn ich die ausmache dann haben wir ein geldproblem speichern könnte speichern wir das doch mal separatet der 2 und dann sagen wir einfach mal sie brauchen wir noch nicht schreiberschule ab und jetzt brauchen wir eine andere geschichte kann ich ihnen stellen so kann ich mich stellen niemand da auf die waren anzunehmen wir sollten recht sagen ich kann die pause brauchen profitiert ja irgendwer noch irgendwie von bildung ich glaube fast nicht aber hier dürfte eigentlich nichts passieren weil hier läuft ja die feuerwehr lang doch der das kann man nicht am ausliefern so wie es aussieht echt schweres leben dann ist mir platz dafür hätte er wird größer noch mehr attraktivität und das reicht schon okay versuchen wir das ja nochmal der hat es auch geschafft ich brauche mehr attraktivität jetzt sind wir alles überfüllt nie zufrieden ach ja das scheiß einbalsamierungshaus auch kriege ich denn sehr viele leute mit einmal da ist hier so ein drücker da ist hier so ein drücker weltmäßig sieht nicht so gut aus gerade das kann man aber wieder ausgleichen später das hat man das erste händige wissen ist egal woran erläuft es müsste was bringen ok der leute in die richtigen richtung jetzt hier hoch ja perfekte runde echt immer noch nicht ausreichend sehr schwach diese stadt ist die leute die leute in jedem fall da bist du nicht so schnell es wäre mir leben in der stadt mehr unterhalten ich wünsche mir du wärst weniger nervig eher weniger nervig ja die waren mehr etablessement sieben schwach tanzbühne wahrscheinlich dafür brauche ich echt viele leute für die tanzbühne das gute ist die nur wenn sie hier lang laufen zeigen sie auch die gefahr dass was brennt oder einstürzt überdurchschnitt wird das besser jetzt hier oben bei euch bleibt so kacke noch mehr schreiberschulen klaro moment haben wir das haben wir ja weiter weil ich nicht verkaufe zusammengekraft wieder ist aber okay braucht kein geschirr vielleicht sollte ich aber kupfer wenigstens kupfer wieder anmachen brauchen wir mehr hier oben sieht gut aus im essen oder also weit ist okay kann ich hier noch irgendwo ein paar häuser reinpflanzen wenn ich hier noch ein paar häuser reinpflanzen hier höchstens höchstens ich habe noch ein paar häuser reinpflanzen ich habe noch ein paar häuser reinpflanzen Was ist das Problem? Okay, ich brauche hier unbedingt nochmal... Im Grunde ist Papyrus da... Ah, jetzt ist das Problem, dass der wieder Ultimo weit weg ausliefert. Da ist so eine Schreiberschule. Ja, der liefert halt irgendwo aus. Die haben sich jetzt ganz verpisst. Das hat echt scheiße gelaufen. Die hinten verschwinden. So besser ist das gar nicht. Ich bin nicht unten, okay. Feuerwache. Ja, schön, schön, lasst alles abfackeln. Schön, schön macht er das. Ich bin so froh, dass ich euch Penner habe. Vor seiner Feuerwache brennt. Ich mache erst mal Mittag. Schön, ihr seid solche Versager. Ich habe gesagt, das wird schnell, aber diese scheiß Kulturwertung ist halt echt zum Kotzen, bis du die hoch hast. Alter, da brennt's. Nö, nö, nö. Kaffee trinken, jetzt geht es natürlich auch nicht. Das ist nicht meine Abteilung, sagt er wahrscheinlich. Wow. Echt runter, komm, wir schaffen das jetzt. Das kommt noch in der Zeit. Äh, ich hab nur so Marsen überfüllt. Moment, wo? Äh, bitte löschen. Ja, bitte löschen.